Und hallo und wie wir, und da sind wir wieder. Er zuwendig sind die Durtenbesiegtab, füge mich als König zu weitermachen. Ich werde ihn mit ihm daher gehen. Wow, beruhig dich, alles ist okay, alles ist okay. Mit Team Media sollte man nichts Spaß tun, du weißt, was dann passiert. Und wir wissen nicht mal, wohin er gegangen ist. Lass uns erstmal die Leute in Sicherheit sprechen. Aber ja, der ist der erste Teil meiner Seele. Alles was ich hier bin. Okay, okay. Lass einfach davon hier raus. Ich nehme den Punkt gleich mal. Ray, let's keep through. Achso, jetzt fängt da hinten diese Tür. Ist ja auch noch. Was ist sonst schon bei so was wie das mit einem Feuerstein? Ja, hier ist was. Und so sehen auch die Action. Da sind alle schon draußen. Ja, so sieht es aus, die sind alle schon draußen. Haben auch lange genug gebraucht, um schon wieder diesen Kampf hier zu überstehen. Weil jetzt haben wir ja den guten, dem Erdbeben. Den guten Steins Gate. Richtig nützlich, der Kerl. Es war wohl gut, dass ich den mit ominösem Wind aufpowern lassen hab. Muss mich schon wieder selber loben. Weil dadurch sind halt Dinge zu stark geworden, dass sie den gewandelt haben. Und dann hast du ein Critical Hit. Boah, das war schon echt geil. War das Haus schon die ganze Zeit da? Achso, das ist das Haus, wo man wieder runterkommt. Da sind sie alle. Was machen die jetzt hier voll am chillen? Hi Leute. Was geht? Hey Heather. Komm schon, sag etwas. Egal was. Du kannst doch sagen, ich soll die Fresse halten oder so. Nicht? Ähm, die Tür ist immer noch verschlossen. War da ein Schlüssel oder so irgendwo? Ja, ich hab den. Ach, ich fühl mich, als hätte ich die Stadt im Stich gelassen. Aber ich kann da jetzt noch nicht zurück. Der Doktor wird mich finden. Äh. Ist es nur ich oder dreht sich die Welt? Äh, ich weiß, dass von dir in Vardava war, ne? Aber Anna, bereut dich. Habt's geöffnet? Alles klar. Wir werden jetzt immer noch zu meiner Schwester gehen, in Cresselia, oder? Ich, äh, weiß sowieso nicht, wo ich sonst hingehen soll. Wir sollten uns beeilen, okay? Nostra fühlt sich nicht so wirklich gut. Nostra? Äh, meinst du nicht eher, das tut dich nicht gut, fühlst? Du siehst so schplass aus. Nein, nein. Es ist auf jeden Fall Nostra. Sie sagt, sie ist müde und spinnelig. Äh, okay, dann... Wir sind uns beiden. Wir gehen schon mal vor. Lassen uns, äh, am Rheinland-Excel treffen. Okay, alles an mir vorbeigelaufen. Und hier kommt direkt Pokémon. Na, wenn das nicht ein Geobacht ist. Hallo, das ist dein Geld. Und erst mal Erdbeben. Dach was? Aha, fett aus, Bambi. Ich muss mal richtig Rockbass, wenn ich das geankam ziehe. Bietig. Wolltest du mir Schaden machen, oder was? Bist du zurück in Charge? Ach, Bambi. Da geht's. Und Awakening krieg ich jetzt mal langsam Feuerstein. Ach du Scheiße. Ja, ich hab mal... ...die Rails geändert. Ach du Scheiße. Überall Sachen zum Ändern. Ach, das kann ja heiter werden. Das ist bestimmt wieder ein Rätsel. So. Von Cain, ob's geht. Äh. Egal, was ich tue. Sie will einfach nicht sprechen. Äh. Ich hoffe, sie wird irgendwann wieder sprechen können. Kommen die raus? Nö, hier ist zu. Äh, Red Hots. Was auch immer Red Hots sind? Erstmal den Weg freimachen. Swift Wing. Feierstein. Hä, ich möchte nicht Feierstein. Und du? Achso, du bist ja die, die nicht mehr reden kann. Hier so lang. Ähm. Hier so lang. Dann komm ich mal vorbei. Na, wenn das nicht klingt, klingt jetzt. Dann klingt mich mal nicht interessiert. Ähm. So. Oder? Ich denke schon. Na, wenn das nicht klang ist. Einfach die Weiterentwicklung. Oh, hier ist ein True T-Lock. Kannst du die einwerfen so? Focus Next. Ist auch nicht schlecht. Da sind gar keine Finger drauf. Das ist die Hanna gar nicht drauf. Das ist die True T-Lock. Egal, ich verbinde trotzdem mal die in die richtige Richtung. Vielleicht kann ich sie auch ohne fahren. So. Hä? Es wäre ja egal, wie das Ding ist. Kann ich das nicht auf die Seite? Doch schon, aber was nützt mir das? Hä? Das ist scheinbar ein Rätsel, weil... Oh, der hat mich gesagt. Wir treffen uns am Ausgang, ne? Ich war am Ausgang, aber... ...keiner gibt einen Fakt. Oh, der Ding ist kaputt und wird nicht kaputt sein sollte, oder wie? Schon wieder hart und befreulatet. Jetzt setzt sich hier eine gerade Strecke. So. Spontane, wie? Ich habe die Röden, wo man eben auch wieder hart aufs Sack nicht mehr zu sagen. Versteht das Rätsel nicht. So. Es wird auf jeden Fall gehen. Und da runterfahren würde ich auch nicht springen. Hallo. Kann ich jetzt mal gehen? Was soll das denn wieder? Ähm. Bin ich jetzt hier? Ach, fuck. Eingesperrt oder war das? Ich bin doch sicher, dass es auf Rang kommt. So. Ähm. Hier geradeaus. Dann hier runter. Dann hier so lang. Dann so. Das ist jetzt der Ausgang. Und du? Äh. Wir sind eine Tür nach der anderen. Wieso haben wir durch die hier kommen? Äh. Ich glaube, ich weiß. Ja, dann erzähl. Ich glaube, ich habe darüber gelesen. Äh. Sie, als es gemacht wurde, wollten sie nicht, dass die Leute einfach so raus und rein wandern. Es ist so, als... Wie als wir... Wir machen gerade. Ähm. So haben sie diese Dinge erfunden, das nur für Züge fährt, nicht für Leute. Aber es arbeitet auch mit digitalen Signalen. Wir müssen nicht unbedingt mit einem... Äh. Äh. Train fahren. Also mit einem Zug. Äh. Äh. Ich glaube, es funktioniert, wenn die Spitze eines Zuges, da auf derselben Strecke fährt, hierhin connectet. Aber die sind so disconnected hier. Also, mit anderen Worten, wenn du so einen Platz baust, wo hier so hin connectet ist, dann könnte es funktionieren. Aber er müsste... Muss weg sein zu fahren, so. Nichts darf im Weg sein. Jetzt krieg ich hin. So, das fährt dann hier so hoch. So lang, da ist kaputt. So lang. So lang. Noch fährt dann, noch fährt dann. Da ist irgendwo ein einziges, was ich aneckte. Das ist wahrscheinlich... Die andere habe ich schon richtig gebaut. Klar, dann hier so runter. Dann fährt man hier weiter geradeaus. Würde ich sagen. Aber hier. Dann muss er. Dann müssen wir hier weiter geradeaus. Dann nach rechts. Ist aber ein Stein im Weg, wenn man so... Aber hier fährt nicht weiß. Funktioniert. Wow. Hallo. Hallo. Ich werde gerne noch verflügt zurück. Dein Ernst? Dein Ernst? Oha. Okay. Okay. Was ist das denn für ein Hurensohn? Nein, was ist das denn für ein Hurensohn? Keine Ahnung. Huren Pokémon. Huren Pokémon. Ach, Antidote. Habe ich da noch welche? Hätte mich auch stark gewundert. Tja, schade. So. So. Der Zug. Müsste halt nur connecten. Hier lang braucht er nicht zu fahren. Was ist das denn für ein Hurensohn? Es ist kein Hurensohn. I podcasts. Also hier! Die Kredite. Einen Kredite. Was ist das denn für ein Hurensohn? Und wie ist das denn für ein Hurensohn? Ich mach das mal in der Defensive, ja. Ich will dich auch nicht schlecht. Ich will dich auch nicht schlecht. Ich will dich auch nicht schlecht. Ähm... So, ich hab mal einen Superball. 1, 2, 3... Ich hab in letzter Zeit echt viel Glück, die bleiben immer direkt drin. Was ist das? Es ist egal, ob ich da umstehe. Ist ja keine Nablochscher. Nur ein Buch, Freunde. 1, 2, 3... Ich hasse den. Ich akzeptieren können, was er einfach macht. Wieviel mir das Gift auch abzieht! Ich bin fucking Stein! Was soll ich denn machen? Lachen über dir! 1, 2, 3... Hier doch! Jetzt kommt meine Pärchen. Zahn... Zahnrad... Na? Cooler Name, oder? Ja. So, okay. Hoch, hoch. Dann wahrscheinlich rechts. Hoch. Ja. Letzten wäre jetzt, oder? Rechts hoch. Und fährt er so. Fährt er weiter geradeaus. Und geöffnet. Ah. Es ist dunkel. Ah. Fucking. Fucking dunkel. Kann man Sachen kaputt machen? Ich hasse dunkel. Was steht denn da? Hm? Wer? Ich... Du hast... Ich wurde... Es ist so lange her. Ich dachte schon, ich werde hier unten sterben. Vor langer Zeit bin ich mit meiner Freundin nach Obsidian gekommen. Und ein... Großer... Wein hier. Eine große... Ranke... Ist einfach von unten hoch gekommen und hat mich runtergezogen. Ich dachte... Ich... Wow. Danke dir. Dass du mich gefunden hast. Ich konnte nicht durch diese Debris durch, aber... Ich muss sie finden. Ich habe nicht viel Stärke, aber ich denke, ich kann hier alleine raus. Danke. Danke vielemals. Okay. Habe ich... Gerettet. Mach ich gerne. Nicht special. Nein! Jawohl. Ich hoffe, dass wir die Einzelne gucken. Und ich hasse das Feedback. Ich scheine die Debris? Okay. Cool. Ich kann von Gift nicht sterben. Aha. Vielleicht zweimal in den Geld und Scheiß gelaufen. Ich bin noch nicht mehr vergiftet, sehe ich gerade. Oh, wie gut. Gift heilt danach. Ich glaube, das war auch schon... Ein paar anderen Pokémon spielen. So Super Potion wird einfach reichen. Viel mehr Schaden werde ich auch nicht bekommen. Ah, hier ist der Weg kaputt. Hier geht es nach unten. Ganz schön weit nach unten. Und hier kommen dann noch wilde Pokémon. Und zwar... Ich habe hier eine kleine. Ich habe hier eine Träne. Ich habe eigentlich ziemlich... viele Pokémon. Ähm... Ja. Das ist so dunkel ist trotzdem trotzdem. Komm da her. Ich hasse diese Dunkelheit. Man sieht kein Schwein in irgendwas. Muss ja auch noch immer so gehen. Um zu gucken, ob hier irgendwo noch so ein Debris ist. Gerell. Ich bin auch davon aus, dass es Gerell heißt. Keine Ahnung, was Debris heißt. Alexia, das ist was Schönes. Es funktioniert auch, wenn es drauf ankommt. Aber ich sehe über was ich mich richtig freuen würde. Richtig ein Feuerstein. Nein. Nein, keine Purple Shard. Wir sind ein kleiner, feuriger Stein. Da ist ein anderer zu. Äh... Okay. Gibt es jetzt eine Attacke, die Sachen zum Shaken bringt oder was? Ich bin aber jetzt hier nicht den ganzen Weg runtergekommen. Hier ist ein Zug. Und... Hier ist verschlossen. Und da ist so ein Metall-Ding. Und ein Dust-Stone. Dein Ernst? Mit diesem Weg hier runter kommt für nichts. Hier wieder so ein Tor in der Dunkelheit. Sieht so aus. Ein Mann hat es gehalten. Was positiv von mir ist. Wieder hochlaufen. Mann! Ich brauche zum Stahl hier. Was macht Metallbogen, man braucht? Ja, Stahlbogen, nicht Metall. Was wahrscheinlich nicht... Wie kommt denn da ein Rock Jam hin? Ne, da drehe ich jetzt nicht auf. Geht wieder. Ja, scheinbar gibt es hier nicht viel. Ich helse wieder zurück. Ich helse wieder den anderen Weg. Müsste ja trotzdem funktionieren. Hoffe ich. Hä? Hä? Ich kann's verlaufen. Ne, das klappt doch nicht. Doch hab ich keinen Abkündigung bei dem Weg gesehen. Kann ja sein, dass der beide Türen geöffnet hat. Wie es so aussieht, wie wir da in der Dunkelheit. Ich bin ein Rätsel. Hast du Rätsel? Ich suck in Rätsel. Super Repel. Etwas positiv. Erstmal einsetzen. Wer wissen das? Super Repel, so irgendwo. Da. Kann ich hier auch mit dem Fahrrad fahren? Ja, kann ich. Oh! Hä? Kann ich denn jetzt wieder da hin und die anderen aus? Wie sind die, Alter? Oh, ja! Kack, kack! Ah, wir haben es ja auch nicht. Ah, fuck! Mann! Mann! Okay, ich fahre hier so. Hier ist noch alles ganz. Hier ist auch noch alles ganz. Was? Der Effekt ist schon wieder weg. Wir müssen auf jeden Fall runter. Ja, noch alles ganz. Hier ist ja alles gut. Oh! Ist das wirklich hart? Oh! 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 Hier ist der Zug. Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist ein okay oder was? Wo war ich denn nicht? Hast du solche Rätsel? Vor allem, wenn die Bokemon die ganze Zeit mehr auf den Sack gehen. Aber warum geht das da nicht so rum? Verkackte, kacke. Ich brauche schon, hörst du dich. Das wäre nicht so schlimm, wenn du nicht so viele Bokemon machen willst. Mein Schutz einkaufen, dann machen wir nicht voll zu sein. Hab ich keinen Knie. Der Herr Band, der hier ist der Flügel. Geradeaus. Ein Weg habe ich gehört nicht zu sein. Dann sind die Nachtpfle, Peter. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist das Ende von mir. Der Zug muss darauf fahren können. Klar, so ist okay. Quatsch. Wo ist der da gerade aus? Ich muss nur einmal bei so einem... Bei dem ist das wahrscheinlich... Könnte er weiter gerade ausfahren? Ne, da ist er grün. Scheinbar ein bisschen länger. Da. Das ist gut, wenn man es vielleicht zufällt. Ich muss ja nur einmal auffahren können. Ich kann escape. Ich will da weit gehen. Und werde hier runter. Nein! Ich hasse das. Das Spiel regt mich noch an. Ja, dann weiter geradeaus. Dann hier runter. Und dann wieder runter. Und dann wieder da. Und dann wieder da. Das ist vielleicht fast. Oh, fuck! Man! Tittة ! 25 Minuten länger. Das dauert noch ein bisschen vertreten. Dazu kann er nicht... Er fährt ihn weiter. Dann fährt er hier hoch, fährt er weiter hier hoch, wird so kein Gewerloch gespeichert. Kann er ganz normal fahren. Dann kann er hier so anbiegen, fährt er weiter, fährt er hier runter, und da hat er was angekommen. Und damit beende ich die Folge. Easy!